Hallo YouTube, ich würde euch gerne kurz zeigen, wie ihr euer Pamamo zu Pamomamo weiterentwickelt. Wie ihr wisst, braucht ihr für dieses Pokémon unter anderem 1000 Schritte im Folgenmodus. Das heißt, wenn ihr hier lauft und er läuft euch hinterher, dann sammelt er Schritte. Und nach 1000 Schritten benötigt ihr einfach nur noch ein Level-Up, um euch sozusagen in die nächste Evolution zu begleiten. Wenn ihr euch jetzt hier auf dem Pokémon Center aufs Dach stellt, werdet ihr sehen, dass der Kleine da unten, unten rennt. Immer hin und her, ganz unten am Bildschirmrand seht ihr das. Vielleicht können wir das hier ein bisschen besser verdeutlichen. Genau, er rennt dann immer selber hin und her, versucht zu euch zu kommen und so sammelt er eigentlich immer die 1000 Schritte. Ab und zu ist mir schon passiert, dass er stehen bleibt, dann einfach ein bisschen bewegen, dann kommt er wieder mit und läuft wieder seine Runden und sammelt so seine 1000 Schritte. Danach gebt ihr ihm einfach ein Sonderbonbon oder ein EP-Bonbon, je nachdem was ihr wollt und er wird sich entwickeln. Das funktioniert genauso mit anderen Pokémon, die 1000 Schritte benötigen für die Entwicklung und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Tipp ein bisschen weiterhelfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!